Warum hab ich meine Arme gegen die PS5 getauscht? Ich bin so dumm! Super, Mann, hehehehe, ooooh! Jungs, ich hab die Playstation 5, ich bring sie weg! Aaaaaaah, meine Augen, aaaaaaah, das ist so nichts! Döner kostet bei Mehmet jetzt 10 Euro. Ist nicht dein Ernst? Seit wann kostet der 10 Euro, Mann? Hat er einfach so gemacht, ich schwör! Das kann er doch nicht machen! Ich bin dafür, dass wir in seinen Dönerladen gehen und das Klo runterspülen. Du kannst Mehmet doch nicht sowas antun, Alter! Ich hab ihn, ich hab ihn! Jetzt bist du geliefert, ich mach dich fertig, Mann! Ich mach dich fertig, du kleines Wege, verzieh dich, Alter, und mach das zu laut gewünscht! Was will ich in Ruhe? Das war doch nur ein Witz, Mann! Ich muss los, mein Hamster muss zum Fußball! Hehehehe, Kursbrüdi. Und wer sind hier auf dem Dach, Alter, unter vom Dach jetzt? Ich mach euch fertig! Ticken wir so rein, Feierabend! Was war das denn? Hä? Was ist denn da los? Jo, aber was da? Alter! Hey! Hilfe! Oh Gott, was ist das? Ist das eine Mücke? Oh Mann, ich bin erledigt! Oh Mann, ich spür den Typen da runter wie durchvoll! Hehehehe! Ja, easy Ding, ähm, 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 was ist? Alter Bruder, ich glaub das ist ne Bombe, Mann, wir müssen ihn wegbringen! Oh, wow! Ja, Bro, das Ding hat richtig reingekracht, Mann! Gib mir den Döner, das ist meiner! Tschüssi, du Pap-Magic-Ur! Memet hat gesagt, ich krieg den Döner jetzt und er zurück ihn raus, Mann! Spür das Klo, spür das Klo! Oh, wow! Es gibt was mit dem TÜH-Hammer! Hehehehe! TÜH! Das ist der, der hat sich vorgedrängt bei Memet im Dönerladen! Den machen wir fertig! Was wollt ihr denn tun, meine Jungs sind hier... Jungs, äh, Jungs? Oh nein, Bruder, das kracht jetzt richtig! Tschüssi! Bro, na dann mach ich euch jeden Beine fertig! Ja Mann, ich spür den Typen da runter wie durchvoll! Hehehehe! Ja, easy Ding, ähm... Ähm, äh, was ist... Alter Bruder, ich glaub das ist ne Bombe! Weil wir müssen die wegdrehen! Ooooooooh! Wow! Ja, oh Bro, das Ding hat richtig reingekracht, Mann! Mit dem Opa reicht's mir! Und hier auch noch! Und jetzt kriegst du Netflix aber in Billigqualität! Ooooooh, ich kann nichts erkennen in der Sinne! Und jetzt kommt die... ...Zuuh... ...Klinge! Das war's mit dir, Opa! Ich hab so'n Stinkeklo gesehen! Ich muss mich umbringen, Mann! Lass mich! Du kümmerst das nicht, Alter! Geh auf dich zu schlagen, Dinger! Ich denk's aus meiner Kammer herauskriegen! Ich muss ihn retten! Das Klo war voller Durchfall, Mann! Das kannst du nicht machen! Ich werd dich umbringen! Lass mich! Lass mich los, du Penner! Hehehe, jetzt mach ich euch fertig! Jungs, will mir das Stinkeklo irgendwas erzählen? Ich zeig dir mal was! Das Power ist! Und hier noch! Sag Hallo zur... ...Zuuh... ...Klinge! Ich mach dich fertig! Nicht! Warte mal allein mit deinem Arm, Bruder! Dankeschön! Und jetzt gibt's gleich Segenfrühstück! Hehehehe! Ich mach dich alle, du billig Kammerer! Komm her! Alter, Mann! Was geht denn hier? Pitzig, du Lappen! Jetzt kriegst du mein Gift! Ja, ist durch! Eine letzte Stunde! Droom! Alter, was ist das denn, Mann? Hey, Brules von Witz! Tut er laut! Ja, was geht? Wollen wir heute nöder bei Mehmet essen, oder was? Kommt ihr auch mit? Hey, Mann, der Typ ist so cool, Sü! Da ist ja mein Klo! Komm mal her! Bam, 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 bam! Finisher! Ich muss ganz dringend auf Klo, Mann! Ich hab keins mehr! Ich tu grad mein Bruder umgelegt! Komm her! Da ist ja mein Bruder! Warte, komm her! Jetzt geht's zurück, Schnitzel! Bruder, das war doch nicht so gemeint! Hey, warte mal! Oh Gott! Hier, Bro! Ups! Hier für dich! Hey, Bro! Ist doch alles cool! Ui! Das war doch nur Spaß! Nur Spaß! Dich mach ich fertig, du verweckere Doppelmaaahe! Sü! Oh, mach mal letztlich aus! Bam, bam! Das geht doch immer! Oh, das magst du dich, Bro! Ich glaub, das gehört mir! Finisher! Diggi, du hast ja mir richtig die Rückengräte rausgefetzt! Wir wollen ja denomys! Sü! Diggi, kennst du schon meine neue Bassbox, Alter? Die kracht richtig rein! Yeah! Mach mal die Mütter weiter! Du Dachsack! Oh, ihr Fresse, kann man denn nicht einmal seine Ruhe haben oder was? Ihr seid erledigt! Hä? Was geht denn hier? Was wollt ihr denn? Ich hab' irgendwie voll geschehen, Klo! Es geht nicht so gut! Schuuu! Laser! Yo, gehen wir heute den Döner essen bei Mehmet? Verziehe, du Bräcksklo! Du stinkst! Ah! Nimm das! Und dies! Nimm mal die Keule! Hier kannst du mal riechen! Und finisher! Alter, wie läufts da drüben? Meine Freunde, jetzt hilf mir! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn! Alter, wer hat dir grad rein ins Klo gelegt? Weißt du eigentlich, wie das stinkt, Mann? Ich find das überhaupt nicht cool, das ist Körperverletzung! Ich zeig dich an! Wer hat dir grad ins Klo reingebissen? Ich find das überhaupt nicht witzig! Wir sind erst dran, die hier rein in den Spindel, die hier rein! Was soll das machen? Demn die Piss vom Gesicht runter! Hey Bruder, ich glaub, ich war das Mann! Boah, was ist das denn? Alter, sind das riesen Toiletten? Wer hat dir was ins Klo eingesteckt? Ich bin richtig sauer! Irgendjemand hat hier reingekackt und mich vollgeschissen! Und er hat dich gespielt! Zing! Wer war das? Wer war das von euch? Irgendeiner hat hier gerade so einen reigesammelt und jetzt essen alle kda poole itutional Ich, da war kein Kluge Bier mehr. Und der Kluge hat einfach Sonnenbinden. Auch ihr Leben ist weg. Gib mir die aus! Boah, ich muss jetzt mal ganz dringend scheißen, Alter. Gib mir das kurz. Du schaltest ganz viel ins Klo rein. Hey, du hast was, zeig ich dich an. Halt mal die Schnauze. Digga, ich wollte doch nur einen abzeilen. Jo, Mann, hast du da mein Bruder runtergespült, oder was? Hier ist doch alles richtig. Was ist das für dich? Hey, Mann, wir haben hier nicht los, wir sind wirklich sauer. Ich bin auf einem Body, wir sind los. Du vermanagerst, ich da. Ich muss dringend auf Klo, Mann. Wo ist die nächste Toilette? Hey, Mann, willst du den Fakt, oder was? Das ist alles verboten. Das hast du ja nicht, mein Bett. Was machst du da, Mann? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ja, Mann, erst mal Revier markieren. Ja, das ist er. Er soll in Anzeige kriegen. Abonnieren, oder du wirst verhaftet. Ich muss endlich kacken. Ist das hier eine Kirche? Junge, hier sind ja richtig viele Klo. Da ist der Sünder, der unsere Kolekette vollgekackt hat und immer noch kacken muss. Er gleicht ihn. Zugriff, Zugriff, Zugriff. Was war die denn? Auf, da, auf, da, auf, da. Ich bin hier von der Tür, schnell. Und dann, mein kleiner Zich. Jo, Bro, ist alles klar bei dir? Musst du kacken? Denk gerade zu abonnieren, ne? Hey, Mann, was ist meine Freunde auf der Piste? Auf, da, auf, da, runter mit euch. Was willst du denn, Mann? Komm, komm her, Mann. Verziehen dich. Oh, Gott. Ey, Bro, ich bin ein Snacker. Was macht ihr mit meinen Tüchern? Super, ho, 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 ho. Was geht denn hier ab? Wo sind die von Katzen? Wo sind die von Katzen? Heute ist Scheißschlagos! Habt ihr mich verstanden? Ihr geht aus die Garten an der Katzen! Ich sag euch das noch! Ich war grad kacken! Ich war grad kacken! Schnapp ihn aus! Mach ihn weg! Und zündung! Boah Bruder, der ist halt reingeschlippert! Das ist auch eine ganze Kunde! O INTRO Like und abonniert oder? Ich muss kacken, gehs doch rein! Hm, was haben wir hier? Allt du bist Latze sehen? Pass mal kurz! Professor, wer ist das denn? Was ist denn das Einde? Hallo! Cuuuuch! Abonniert eit die Kanal, denn du mir? Sonst kack ich euch ins Klo! Was geht los? Ich hab heute bei so einem Klo... Ich denke, ich los habe sich wohlgefahren mit Corona. Oh yes! Ey Gary wurde heute Nacht ins Klo gekackt und wir wissen nicht, wo der ist! Es war der Laser hier! Oh digger! Der hat bei Gary ins Klo gekackt ever! Der war doch! Der hat bei Gary ins Klo gekackt! Schnappt den eint! Schnappt den eint! Und da! Und da mit uns! Du bist nicht das erste Teil, was ich zerstört habe. Ja, was geht denn hier? Ich bin jetzt da, aber du kriegst richtig auf die Fresse, mein Biss. Tobi, Tobi, Tobi. Da bist du doch, da bist du doch. Komm, Tobi, ja. Ey, lass mich runter. Ist das so schön, dass du da bist? Na, na, klar, mal. Was ist, du, da bist du? Und du kannst mich nicht mehr. Ergabe mich an den Kommentaren. Weißt du, was ich an den Slot, ich lege, tolle Denomy. War das schon mal alles? Abonniert alle den Kanal Denomy, sonst kacke ich euch ins Klo. Schau dir die Scheiße aus, weil ich ihr liebste. Ach, du hast ja heute eine Scheiße aus dir Zeit. Ich fühlst das Schöne, was mir ist. Andere Musik. So ist das ein Scheiße. Skibbi, Skibbidii, suuue. Abonniert den Kanal und ich leser deine Toilette weg. Wo ist dieses Knot-Lex schon? Ich verrate dir gar nichts! Du Kamerahaufen Scheiße! Hast du mich verstanden? Tritt die Spülung! Nein, nein, ich verlasse! Ich verlasse! Ich verlasse! Hast du gedacht, dass du jetzt so scheiße bist? Jo Bruder, abonnier den Kanal oder du bist ein Fettsack! Sü! Schaut euch die Kamera weg! Aber es wird mir nicht! Verrückt jetzt die Runde, mein Gerät! Die Runde, die geht nicht! Die geht nicht! Meine Hosen aus! Meine Hosen aus! Ich hab' keine Hosen aus! Okay okay okay! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Ihr wolltet mich an! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Hehehe! Hast du schon den NOS Kanal abonniert? Na klar Mann, Sü! Kameras halten, hat das Knot so voll nicht geflut! Alter, der Kipp hat's nur ein Abgeb... Huh? Vernichte, wir wissen die Kameramens, wenn ich nur... No, ich muss doch mal kappeln! Oh, no! Ich hab' den Leser in der Tüch ab, der Gefant haben! Geht ihr schon den Sü-Leser? tür Für das video las ich ein like da Lass mich bei euch ab! FeUER!!! Fernseher! Ziel eliminierte! Bereit der Abfuhr, verstand und wirslos sicher vampires istkeeper dran Und wosreasť ist?! Und hier Alto! Eure Anderen! Back up they are Ryu free team of four! What's your value? Und was soll das denn? Handy- háisst du auf, besser für dich! A-ist der da dann gespielt! Oh Alphab 접 los! Wir... Zeit Ok... kann ich dir hochhelfen? Verliebt alter! Hallo! Ich hab das nicht gesehen. Draust aus meiner Bude, du jetzt dreckige sein Estoilette. Weg mit dir! Rauch dir! Ich hab ihn! Fuck! Bro, musste das sein? Da kann ich doch nix für, Mann. Lauf dir denn an, ich gefällt, lauf gleich nirgendwo! Oh Gott, ich bin! Was zum? Was ist das denn? Wer hat die Toilette darin geworfen? Und Jan ist voll geschissen, was soll das? Nein, nein, ich kann nicht mehr! Wow, was läuft denn hier für... Die Schültoilette ist hier! Schül! Oh, oh, was mache ich denn, Leute? Oh Gott, nein, nein! Oh Papa! Was ist das echt nicht? Willst du eine kleine Sturzelle behandeln?